Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs für die PS4 und wir haben hier eine Geburtstagsparty, seht ihr das? Oder eine Party zumindest. Und da Aiden möchte endlich seine Familie mal besuchen, daher hat er zuletzt gemeint, dass sie im Garten seien, also gehen wir doch mal in den Garten, aber wir können leider nicht durch den Busch, also müssen wir wieder zurück. Da genauso kommen wir auch nicht durch wahrscheinlich, nope. Also, warum kann er jetzt nicht rennen? Auf dem Grund, ne, hä? Jetzt hab ich's nicht grad, oh. Oh, komm, wir das... Ähm, soviel zum, zur Echtheit der Ballons abschießen. Ja, okay, von mir aus, das sollte ja auch niemand... Okay. Wie alt warst du heute? Zehn. Nein, du bist noch neun. Nein, zehn. Hm, neun. Zehn. Neun. Zehn. Gut. Wenn das so ist, gibt's zehnmal. Geburtstagskitzeln. Was? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 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 acht, neun. Zehn. Zehn. Warte mal, bitte. Also, ein ganzes Jahr und... Zu spät. Ja, tut mir leid, Nick. Wirklich. Komm her. Lass dich mal ansehen. Du wirkst älter. Ah, nett. Vielen Dank auch. Ist sein erster Geburtstag ohne Lina. Wie geht es ihm? Redet immer noch mit keinem außer mir. Yolanda sagt, das sei seine Art, etwas Kontrolle zu behalten. Yolanda? Seine Therapeute. Und sie hilft ihm. Es läuft gut. Nur halt langsam. Es ist schwer, aber wir schaffen das. Hm. Jax. Hey. Ich komme zu spät. Krieg ich... Krieg ich eine Umarmung? Wow. Bist du. Groß. Hey, was hast du denn da? Wow, der Heiler. Cool. Hast du ihm was Echtes geschenkt? Bring deine Spielsachen hoch. Ich will mit deinem Onkel reden. Ja, ich komme sofort nach. Das ist wichtig. Dass du hier bist. Aber ich muss sicher sein, dass sich was geändert hat. Ich verspreche es. Du und Jax. Ihr seid die wichtigsten Menschen für mich. Ich werde nie aufhören, auf euch aufzupassen. Stets der große Bruder. Das letzte Mal, als ich hier war, war Linas Geburtstag. Jackson himmelte sie an. Wie wir alle. Das war aber ein kurzer Besuch für eine Geburtstagsparty, muss man doch ganz ehrlich sagen. Also, für ein Jahr hätte er sich doch mehr Zeit nehmen können, oder nicht? Keiner mehr da. Kommen wir vielleicht ins Haus oder so? Ach, kommen wir sogar. Du hast das Beste verpasst. Die Kinder haben Rächer gespielt. Diesen Typ imitiert, der ständig im Fernsehen ist. Lass mich raten. Jax war der Rächer. Nein, sie waren alle der Rächer und ich war der einzige Gangster. Aber ich war echt böse. Und hab's ihnen gezeigt. Ich hätte früher kommen sollen. Dann hätte ich sie gewarnt. Legt euch nicht mit Niki an. Okay, wir können den Besuch wohl noch herauszögern, oder nicht? Lena. Wer ist denn da? Glauben Sie, die Nummerunterdrückung schützt sie? Ich weiß nicht, was daran komisch ist. Aber die Polizei wird sicher nicht darüber lachen. Oh oh. Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Hören Sie? Gehen Sie raus. Treffen Sie Leute. Leben Sie. Rufen Sie mich bitte nicht mehr an. Legst du jetzt mal auf? Was sagten Sie? Nicht ihr zuhören, oder so? Hören Sie. Die Polizei kann den Anruf verfolgen. Ich weiß, wo du wohnst. Sind denn alle Schlösser in Ordnung? Wer sind Sie? Und was wollen Sie? Fühlst du dich sicher, Niki? Oh. Oh. Ich würde mal behaupten. Wer war das? Völlig unwichtig. Nur ein dummer Streich. Sowas kommt vor. Meinst du, das ist stabil genug? Und? Hast du die Stimme erkannt? Ach Gott. Aiden, lass es doch. Es ist gut. Gut? Er glaubt, er kann hier einfach rein. Woher willst du wissen, was er glaubt? Du überprüfst die Schlösser. Hör Mann. Ich schaff das schon allein. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Niki? Ich kann den Typ finden. Okay. Pass auf, Aiden. Du hast dich nicht verändert. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Hör bitte auf, unsere Probleme zu lösen. Denn wenn du es versuchst, machst du es nur schlimmer. Besser, ich gehe. Ja, das ist eine gute Idee. So wie ich das jetzt verstanden habe, war das schon das erste optionale Missionsziel. Bearscht Leute am Telefon. Mal sehen, wie gut du das findest, wenn ich dich aufspüre. Ich glaube. Verdächtigen neutralisieren. Wir wären wahrscheinlich nie dazu gekommen, ähm, die Familie zu beschützen. Wären wir jetzt einfach raus und halb des Gartens durchgelaufen, denke ich mal. Also schon das erste optionale Missionsziel. Und wir müssen natürlich... Wir dürfen auf keinen Fall zuglassen, was schon beim letzten Mal passiert ist. als Lina gestorben ist. Das dürfen wir hier auf jeden Fall nicht. Ah, komm schon. Wir müssen den abdrängen. Jawohl. Das war doch ein guter Zug. Oh. Der liegt da. Ist das ein Bug oder so? Das Telefon des Anrufers hacken und... Um Antwort zu erhalten. Okay. Dann haben wir einen Deal. Scheiße, ja. Kann ich ja kaum glauben, dass ich mich für einen Telefonstreich bezahle. Nicky Pierce, ja. Ich werde die Flöscher erwähnen. Und das Kind. Ah, aber es fühlt sich falsch an. Darum geht es ja. Ah, wieder ein... Jemand hat dieses Arschloch bezahlt, um Nicky zu belästigen. Wer würde für so etwas bezahlen? Hey, bist du weiter mit DeadSec? Ich brauch die CTO Essex. Ja, ich bin noch dran. Die überprüfen dich. Gib mir Zeit. Okay, dann brauch ich deine Hilfe. Kannst du einen Anruf tracen? Kann ich meinen besten Kunden absagen? Moment. Worum geht es hier genau? Um einen Kerl, der meine Familie bedruckt. Ich will wissen, wer ihn bezahlt. Also der Anruf kam irgendwo aus dem Loop-Bezirk. Mehr kann ich leider nicht sagen. Okay. Angenommen, ich hecke das CTOS im Loop. Dann sollte ich den Anruf ausfindig machen können. Tun wir das. Bloom baut gerade ein neues Kontrollzentrum im Loop. Das ist perfekt. DeadSec hat schon versucht, das Zentrum anzugreifen. Ohne Erfolg. Und jetzt wird es noch stärker gemacht. Das wird also nicht einfach. Sei vorsichtig. Du klingst wie meine Schwester. Bleib cool. Ich bin bewaffnet und gefährlich. Der große Bruder, Akt 1. Mission beendet. Ja, das sieht doch schlecht aus. Die wollen wirklich noch unsere Familie angragen. Das heißt... Private Unternehmen an, um die CTOS-Zentren zu bewachen. Die sind sicher gut ausgerüstet und haben Lust auf Action. Ich bin bereit. So, dann gehen wir noch mal zum CTOS-Zentrum. Also... Oh, 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 oh. Oh, Zivilisten nur verletzt, zum Glück. Wir wollen keine töten. Also wir müssen unsere Familie auf jeden Fall schützen. Und das... So wie ich das eben verstanden habe... Moment, da ist Geld. Das Geld wollen wir doch. Wir brauchen Geld. Fixer-Auftrag. Ich rede immer gern über das CTOS. Prima, dann beginnen wir. Erklären Sie uns doch zuerst, was CTOS ist. Ich glaube, es zu ver... Lassen wir einfach mal. Nicht verfügbar. Noch nicht verfügbar. Also das kriegen wir wohl erst später. Der Fixer-Auftrag, der ist schon wieder vorbei. Ne, wir wollen hier keine Musik. Ich möchte keine Probleme mit der GEMA nachher bekommen. Moment, vielleicht kann ich ja die... Oh, das ist die Karte übrigens. Oh, die ist schon einiges groß. Also da kann man schon einiges entdecken. Ähm, Option... Ne, ich schaffe es immer noch nicht, auf Options zu drücken. Ähm, Optionen. Vielleicht können wir die Musik einfach mal ausschalten. Weil ich will die natürlich nicht dabei haben. So. Wo schon... Moment. Gehen wir schnell mal auf die Karte und setzen einiges den Wegpunkt in die Kampagne. So. Wir wollen ja die Story jetzt langsam mal so weiterführen. Und vor allem das CTOS vollständig knacken. Damit wir auch natürlich andere Ziele gleich auch beenden können. So. Die Tür des Autos ist schon so gut wie am Arsch. Ne, das ist wirklich so gut wie am Arsch. Wir brauchen ein neues... Taxi. Nicht verbunden mit dem CTOS. Also wir müssen uns hier ohne CTOS durchschlagen. Das heißt, wir können hier uns auch kein neues Auto mehr krallen. Oder wahrscheinlich doch. Oder vielleicht doch. Das weiß ich gar nicht. Ah, der Grund... Oh. War ja typisch, dass man die Ausfahrt wieder verpasst. Wasser. Bin mal gespannt auf die Regeneffekte. Wenn es dann mal regnet... Ja, die Kamera... Oh, X ist Rückblicken. So langsam... Komme ich auch mit der Steuerung klar. Die Brücke konnten wir nicht hacken, aber die Ampeln können wir hacken. Tatsächlich. Trotz nicht CTOS verbunden. Da ist auch ein Waffenladen. Was haben wir denn eigentlich gerade so für Waffen? Mhm. Wollen wir mal ein bisschen... Äh. Wollen wir vielleicht mal ein bisschen... Angst und Schrecken verbreiten. Einfach mal so. So zwischendurch. Passt auf den auf. Hey, hey, hey. Hier, nimm. Kriegt die uns... Kriegen wir dann Geld oder so? Nee, oder? Nö. Moment, was hat der denn damit vor? Ich töte da niemanden. So. Wenn CTOS die Wachen verdoppelt, verdopple ich meine Waffen. Wir haben schon 2806 Dollar. Kaufen sie sich ein Sturmgewehr. Das wird doch mal lustig. Hey, wie geht's so? Müssen wir uns mal nach dem... Schrotflinte... Granatwerfer. Aber das kostet alles viel zu viel. Ähm. Sturmgewehr. Vollautomatisch. Ist auch vollautomatisch. OCP 11. Und... 416. Nehmen wir doch einfach mal die Upgrade-Variante. So. In den vergangenen Wochen wurde die Sicherheitsstufe für alle CTOS-Zentren in Chicago wegen mehrerer Attacken der Hacker-Aktivisten-Gruppe Deadzweck erhöht. Auf die Frage nach den geänderten Sicherheitsbestimmungen gab sich Blum-Sprecherin Charlotte Gardner entschlossen. Chicagos Sicherheit ist das Wichtigste. Deshalb haben wir private Sicherheitsfirmen für die CTOS-Zentren. Anderes, wenn wir noch Geld haben. PX4 haben wir schon. Tatsächlich, bis Gartner, sind diese Wachleute, auf die sie Bezug nehmen, militärische Söldner. Viele davon bekommen, in der Vergangenheit es nicht so? Ja, sie haben beim Militär gedient, aber... Wir sollten unsere Soldaten nicht verteufeln, die Ehrenhaft ihrem Land gedient haben. Kaufen können wir auch mal. Das CTOS-Netzwerk wird gut bewacht. Und somit erhalten die Bürger die Sicherheit, die sie verdienen. Das war Blum-Sprecherin Charlotte Gardner über die Sicherheit des CTOS. Können wir eigentlich die ausrauben? Was ist denn los mit dir? Du tust, als hättest du dich noch auf keinen Mann flachlegen. Das passiert für sich. Der hängt da fest. Hey Mann, vorsichtig. Oh Mann. Stehen wir einfach mal. Aha. Musik können wir auch hacken. Wir wollen aber keine Musik. Ich hab doch die Musik extra ausgeschalten. Naja. Ich hoffe, ich bekomme einfach keine Probleme mit der GEMA und damit hat sie's. Ähm, ja. Vollautomatisches Sturmgewehr. Wow, 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 wow. Hör auf. Nicht anrufen. Oh Mann, was passiert hier? Okay. Einfach mal so einen Testschuss. Wir töten hier jetzt grad mal keinen. Aber den Wagen können wir hier mal stehlen. Zentrale, welche Art Notfall liegt vor? Oh Gott. Ich höre Schüsse. Bitte schicken Sie Hilfe. Wenn Sie zeigen... Aha. Aha. Die Leitstellung, wir haben grünes Licht für CTOS-Cans. Suchen jetzt nach Verdächtigem. Okay. Wir können die Anrufe beenden, damit keine Polizei kommt. Wir sind zu... Oh Mann, wir müssen hier mal abhauen. Was ist denn das für ein Wagen? Ich hab gemeint, das sei so ein Mercedes-Verschnitt. Aber nein. LF und alle Einheiten, CTOS kann den Verdächtigen nicht lokalisieren. Okay. Wir müssen sowieso jetzt langsam darüber. Da hinten geht unsere Mission weiter und fahren wir einfach mal irgendwie bescheuert weiter. Wir wollen niemanden umfahren. Flüchtet einfach. Genau so ist es richtig. So. Nächste Kreuzung. Oh. Neue Sicherheit ist ziemlich gut. Aber ich brauche Zugang. Ich muss wissen, wer meine Familie bedroht. Ich will wissen, wer hinter dem Anruf steckt. Schauen wir mal, ob wir den ausschalten können. Ne, keine... Ich will das Waffenrad. So. Wir haben ja einen Schalldämpfer. Kopfschuss. 20 Exper-Erfahrungspunkte gibt es. Mhm. Wir können das Tor auch wieder schließen. Hm. So. Ah, wohl kaputt. Ist ja nichts Neues hier. Feiner Kopfschuss. Gut. Gehen wir mal ein bisschen gewaltsamer rum. Gabelstapler. Gehen wir mal in die Deckung. Ne. Wollte eigentlich, dass du Deckung gehst. So. Hier ist ja sonst niemand oder was. SMG. Können wir die aufnehmen? Na, komm. SMG 11 haben wir jetzt freigeschaltet. So leicht kann man sich Waffen freischalten. Ist ja mal in Ordnung. Was war das? Schlägt da jemand? Sie betreten Sperrgebiet. Hm. Was haben wir denn da? Hecken wir mal das Tor, damit es aufgeht. Jetzt haben wir den Visier. Müssen wir mal schnell. Wohl kaputt. Ist ja nichts Neues hier. He. Hier ist alles am Arsch oder was? Alter, er reagiert gar nicht drauf. Hm. Was können wir denn hier hacken? Nur die Kamera? Kamera? Dann hacken wir doch mal die Kamera. Dann sprengen wir das ganz nah. Ich weiß ja gar nicht, wo wir lang müssen. Wie kommen wir jetzt wieder an die Kamera, an die eine? So. Nachladen L3. So. Sieht ja alles okay aus. Wenn eure Männer alle ziemlich schnell weg sind, kann ich da auch nichts machen. Hm. Was können wir denn hier noch als Ablenkungsmethode nehmen? Wir können die Kamera hier... Was gibt's denn hier zu hacken? Nee, darauf reagieren die gar nicht. Ich hab echt besseres zu tun. Da war davor noch ein Gabelstabler, oder nicht? Ich hab echt besseres. Ha. Na ja. Jetzt sieht er auf jeden Fall, dass der hier... ...umgebracht wurde. Hm. Dann holen wir uns mal... Großartig. Einfach großartig. Komm schon. So. Hab ich jetzt... Hat der lang gebraucht, um sie umzudrehen. Da hab ich Glück gehabt. So, währenddessen gehen wir da in die Kamera. Ach, warum hab ich da jetzt eine Kamera rein? Dem Mann ist eine Kamera. Vokalisieren sie die... Sie eine Wache mit dem Zugangscode. Hab ich sie. Den Wachmann hacken. Okay. Den Zugangscode benutzen, um den Server zu erreichen. Wo ist meine Missionsziele? Da oben. Na. Kann ich mal da... ...Deckung suchen, oder so? Okay, die ist ziemlich gut. Kann Verstärkung rufen. Das sollte sich nicht bewegen, oder? Besitzt eine Kamera? Okay. Oh, oh. Na, klasse. Warum hat der mich jetzt entdeckt? Schnell hier weg. Ähm, wir müssen brauchen mal hier eine andere... Waffe, auf jeden Fall. Wir haben ja nicht umsonst ein Sturmgewehr. Da unten ist es doch. Ich bin total umzingelt. Okay. Okay. Ich glaube, wir haben es soweit. Oh. Oh je. Pass auf, ich stecke uns an. Oh. Wir stecken allen. Wie hast du das? Oh je. Das war doch wohl klar. Ja, wir hätten nicht mit Waffen hantieren dürfen. Ja. Der Waffengebrauch ist eigentlich als Hacker so gut wie unerlaubt. Mann, ich kann mit jedem reden. Nee, oder? Das ist mein Ding. Vor allem mit den Bunnies. Oh, oh, oh. Sie kommen. Was ist denn los, du Spinner? Hey. Hey, Bunny, was geht's? Was wollen Sie? Ich wollte eigentlich das Tor. Oh, oh. Das war wohl die falsche Waffe. Der hat die nur ausgewählt. Hm. Warum habe ich jetzt noch das Sturmgewehr ausgewählt? So. Wir wollen leise. Was ist denn da los? Sniper? Sniper? Ja, toll. So viel dazu. Hm. So viel dazu. Hä? Warum trifft der mich? Hm. Hallo, zurück. Oh mein Gott. Wir haben verletzte. Eine Lücke. Verletzung. Alles klar. Ich gebe euch Deckung. Oh mein Gott. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie man hier unentdeckt durchkommt. Ah je. Das war schon schlimm genug, dass ich... Oh nein. Das ist... Oh. Hallo, ich habe doch... Nee, oder? Jetzt legt er die Waffe nicht weg. Warum legt er die Waffe nicht weg? Jetzt legt er sie weg. Super. So viel dazu. Dann müssen wir wohl mal außen rum. Warum wir auch hier angekommen sind, an der Seite, weiß ich auch nicht. Ich meine, das ist doch gerade mal gar nicht gut. Toll. Toll, toll, toll. Die haben mich schon erkannt. Da kann ich schon ganz vergessen, was ich da mache. Ich muss wieder die Waffe wechseln, ganz klar. Naja. Das war es schon wieder. Die haben uns einfach mit einer Waffe gesehen. Warum ist die Waffe denn draußen? Verdammt nochmal. Das ist doch mal eine super Skill-Position. Oh je. So, jetzt ist sie nicht draußen. Halt mal. Ich kann mit jedem reden. Das ist mein Ding. Vor allem mit den Bunnies. Oh. Du hast einen Lust, du Spinner. Hey. Hey, Bami, was geht's? Was wollen Sie da? Oh. Mach mal kurz. Hallo. Klar, wir sind Spielen. Hach mir mit Nase nieder. Hä? Puh. Es war eine Scheißwoche, aber war schon auch immer. Das ist doch kein Klettergang. Hm. Ach nee, oder? Ach nee, oder? Die sehen mich die ganze Zeit. Das darf doch nicht wahr sein. Ich bin von zwei Leuten zu sehen. Ist der zu weit weg, oder was? Also der ist jetzt mittlerweile so weit weg. Komm mal her. Ja. Okay. Hm. Hat sich das von selbst bewegt? Was zum? Na, fickt mich. Oh. Oh, shit. Okay, da war wohl... Äh, ja, wie ist denn das jetzt passiert? So, ich gemeint, ich hab ein Handy ge... Oh mein Gott. Mann, ich kann mit jedem reden. Oh, das ist mein Ding. Ah! Oh, mein Mann. Was ist denn hier los, verdammt? Du Spinner. Hey. Hey, Manni, was geht? Tollens. Hey, wann gehst du? Mach mal Platz. Willst du hier sterben, du Penner? Ja. Du kannst... Warum macht das denn nicht? Ich hab rechtzeitig Kreis getroffen. Ich weiß es nicht. Boah, hat's doch so gut funktioniert, als wir das, ähm, so vorangegangen sind, wie mit dem eiskalten Kills. So. Kann nichts sein. Hat das Teil denn keine Sicherheitsschaltung oder so? Hey, beruhig dich mal. Geht doch. Äh, jetzt sind wir Zeugen. Super. Oh, mein Gott. Ich kann hier sogar einsteigen. Ja. Das ist, glaube ich, nicht gerade... Das ist, glaube ich, nicht gerade... Nee. Warum schaffen wir das denn nicht mehr? Warum schaffen wir das nicht mehr? Das hat doch vorher so gut geklappt. Bis nach drinnen sind wir gekommen. Oh, mach die Waffe weg. Ja, er hat eine Knarre. Nichts, warum man sich Sorgen machen müsste. Nichts, warum man sich Sorgen machen müsste. Du mal. Okay. Das ist komisch. Moment mal. Was war das? Du bist härter. Das ist was. Was für ein Geräusch. Was verflucht. Oh, fuck. Seht euch rum. Alles sauber. Ich gehe da lang. Der ist nicht lang. Sucht endlich. Aber... Okay. Ich habe hier nichts. Ich gehe nach da drüben. Ha. Jetzt hauen sie alle in die Richtung ab. Alles sauber. Alles sauber. Alles sauber. Alles sauber. Vorsicht. Hier ist nichts zu sehen. Ich gehe weiter. Komm, ich muss hier dann die Kamera... Hm. Wir können den nur ablenken. Das war doch mal... in Ordnung. Ähm. So läuft es doch ungefähr. Wir müssen den einhacken. Wir waren die nur richtig sauber. Das ist doch echt... mit dir. Ein richtiges Objekt gesichtet. Ich check das mal. Hä, was? Ne, jetzt hat er mich nicht gesehen, oder? Es darf doch nicht wahr sein. Warum hat er mich jetzt gesehen? Ich stand doch die ganze Zeit da unentdeckt. Aber so war es ungefähr mal in Ordnung zu arbeiten, aber... Ich lasse mal das Tor hier auf. Das ist doch in Ordnung. Warum ist der Lift jetzt unten? Konzentrier dich auf das scheiß Tor. Komm, glättere da hoch. Wir wollen nicht keine Waffe hier rausziehen. So, jetzt können wir Kamera... Das darf doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ist das so schwer. Ist das so schwer. Das darf doch nicht wahr sein. Mann, ich kann mit jedem reden. Das ist mein Ding. Vor allem mit den Funnies. Sie kosten Lust. Das ist nicht normal. Hey, Mann, das geht jetzt rein. Oh Mann. Oh Mann. Weißt du, warum man sich Sorgen machen müsste? Hm. Holen wir uns mal erstmal den Code. Wir sind da, glaube ich, in Sicherheit. Können wir nicht hacken. Aber dessen Kamera können wir hacken. Ruft Verstärkung. Können wir wieder zurück. Ich hab hier kein... Hm. Das war wohl eine Sackgasse. Hm. Können den hier ablenken. Hey. War der jetzt angelockt hierher oder so? Scheint nichts Schlimmes zu sein. Huh. Das ist komisch. So. Können wir hier irgendwie ein Blick? Ich hab besser was zu tun. Ich hab besser was zu tun. Gut. Hier ist mal keiner. Wo ist denn unsere Zielperson? Ich hab besser was zu tun. So. So. Gut, da hinten müssen wir hin. Guckt aber nur blöd aus dem Fenster, dass wir da keinen Zugang holen können. Hm. Zurück. Wir wollen, dass das so bringt. Ich bin euch noch nie entkommen. Das ist ja das Problem. Was? Nee, nicht schon wieder. Geh doch mal um die Ecke, verdammt. Das gibt's nicht. Immer so knapp vorm Ende, dann entdecken sie uns. Und die eine Sprengung, die war ja umsonst. Die hat ja letzten Endes dazu ausgelöst. Wo hat sich was bewegt? Nee. Habe ich nicht. Geh auf. Ablenkung begonnen. Nee. Nicht stehen bleiben. Jetzt. Komm, du wirst ja wohl da auf den Lift schaffen. Hm. Ich hab hier nichts. Ich geh nach da drüben. Boah, trotz der Lautstärke merken die mich nicht. Mal schauen, was können wir denn mit dem hier machen. Das ist nicht mal mein Handy. Geht aber. Schütz zum Kill. Ach. Was ist das denn hier? Wie konnte das passieren? Halt auf. Ach. Kann ich weit sein. Such dir. Nichts gefunden. Ich seh mal da drüben. Seht euch künstlich rum. Und seid vorsichtig. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Da oben komme ich nicht durch. Da komme ich nicht durch. Wir haben jetzt, glaube ich, dann bald einen Stundenpart. Das wird ja super. Ja, wir haben jetzt dann einen Stundenpart. Aber ist das so einfach sein, oder nicht? So, der steht da. Lassen wir das gerade nochmal zu. Sie betreten gerade Sperrgebiet. So. Ich wollte da nicht hinrennen, ich wollte den hacken. So, holen wir uns die Kamera. Wir brauchen jemanden, den wir hacken können. Ah, wieder der gleiche. Besitzt Kamera. Nein! Ich suche woanders weiter. Hier ist nichts. Ich suche woanders weiter. Alles sauber. Ich gehe da los. Scheiß drauf. Gehen wir. Ich gehe weiter. Hm. Zur Not. Hier ist nichts zu sehen. Ich gehe weiter. Hier ist niemand. Ich gehe weiter. Alles sauber. Ich gehe da los. Hier ist nichts. Ich gehe wei- Hier ist alles sauber. Ich gehe da los. Alles sauber. Ich habe hier nichts. Ich gehe da los. Ich gehe da los. Hier ist niemand. Ich gehe weiter. Hier ist niemand. Ich gehe weiter. Guck mal, wie schlecht. Schaut ihr euch, wie schlecht das ist. Das gibt es doch nicht. Warum gibt es denn keine Auto-Aim oder sowas? Das ist doch nicht normal, oder? Oh je. Diese Seite vom CTOS ist einfach nicht tragbar. Was zur Hölle ist da los? Das ist ein reiner Speedrun, langsam. So, den haben wir jetzt auch mal gehackt, gleich. Was ist das denn hier? Was war denn das? Sucht alles ab. Achtung! Fuck, nein! Meine Ladung geht gleich hoch! Fuck! Nichts gefunden. Ich sehe mal da drüben nach. Vorsicht! Das darf doch nicht wahr sein! Das darf doch nicht wahr sein. So clever war es ja eigentlich schon, aber... Ich bin so ein schlechter Bro-Gamer. Das darf nicht wahr sein. Diese Mission... Aber sie packt immer wieder was. Weil es kommt immer... Man kann es andauernd was anderes machen. Die Leute, die wir ausschalten können, die schalten wir am besten aus. So. Klasse! Jetzt komm raus, wir machen'n Deal. Ich glaub' ja wohl selbst nicht. Hey, hör zu! Komm raus, wir machen'n Deal. Und hier denn jetzt schon wieder her? Du kannst dich nicht ewig verstecken! Und du bleibst über die Seite! Hey, du Arsch! Du hast dich mit verdammt mächtigen Leuten angelegt! Ähm... Doch da hab' ich ihn gesehen! Oh! Ich bin ein Profi! Du entkommst mir nicht, du Teilzeit-Amateur! Den haben wir wenigstens schon mal. Wenn wir jetzt jeden einzelnen... ...Blatt machen... ...dann könnte das was werden. Aber wir haben leider keine... ...Kranaten oder so. Das... Jetzt kommen sie da von hinten. Das darf nicht wahr sein. Wir haben jetzt so gut uns durchgearbeitet, ja? Wir machen den Part so lange, bis ich endlich diese... ...diese Mission hier hab'. Ganz einfach. Ich kann mit jedem reden. Das ist mein Ding. Kann ich... Nein! Ich will keine Waffe in der Hand haben. Nein! Ich kann den nur ablenken. Ich kann den nur ablenken. Aber ablenken kann ich den trotzdem. So, dass ich ihm ausschalten kann. So. Komm raus und ich... ...schalte dich aus. Hey! Sollte das nicht ausgeschaltet sein? Möglicher Kontakt hier. Das schau ich mir genauer an. Da. Sollte es nicht. Dich der ist tot. Ga' ich! Findet ihn! Verstanden! Sollte es nicht irgendwelche. Keine Frage! Sollte es nicht mehr, die Frage zu stellen. Für mich aus? Ich sehe nicht. Ich guck mal woanders nach. Da muss ich dich! Alles sauber! Geht da lang! Aufpassen! Such da eben! Geht da lang! Achtung! Meine Fresse! Wo kam das denn her? Vorsicht! Hier ist alles sauber. Ich such woanders. Hm. Die laufen alle an einem Fleck. Jetzt gefunden! Achtung! Alles sauber! Ich komm einfach nicht ums Schießen herum. So. Wer ruft denn da? Aure Versteckung! Ich krieg das schon hin! Hm. Wir brauchen noch ein paar Leute! Bin dran! Hm. Da ist er ja. Die sind alle unten. Jetzt nix. Die laufen. So. Jetzt haben wir's. Festwerkung ist da! So. Wo ist der Bastard? Er kann nicht weit sein! Seht euch um! Was muss ich denn machen? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Oh je. So. Jetzt aber. Puh. Jetzt haben wir CTOS. Das gibt's doch nicht. Was? Du meinst, du bist im CTOS? Jetzt schon? Ja, danke. Ich sehe mir gerade das Netz weiter. Du hast deinen Zugang und ich hab meinen. Das Profiler-System ist online. Jedermanns kleine Geheimnisse. Einen Knopfdruck entfernt. Das Ding markiert alle möglichen Sachen, nenn wir es sagen. Das könnte sicher von Vorteil sein. Achte auf den Online-Papier. Da könnten Fixer im Netzwerk sein. Wenn ich sie sehen kann, sehen sie mich auch. Okay. Ich muss los. Ich hab zu viel Lärm gemacht. Gib mir Zeit, deinen Anrufer zu finden. Ich melde mich. Tja, jetzt müssen wir erstmal wieder hier rauskommen. Ich! Ich suche woanders weiter! Aufpassen! Und haltet die Augen auf! Der ist laut! Pass auf, Mann! Vorsicht! Was zum... Ah, gefickt! Vorsicht! Hier ist alles sauber! Cool! Er hat einen Knopf! Klasse! Da hat er gerade die Granate in meine Richtung. Da! Holt ihn! Ah, der Tisch ist im Weg. Unterbeschuss! Nachladen! Hier kommt Medikamente gegen Angstzustände. Interessant. So. Jetzt haben wir aber jeden hier. Fast. Boah, wie die PS4 jetzt gerade Lärm macht. So, das war die erste Action. Töten sie alle wach, Leute. Dann kommen sie aus... Kann ihn irgendjemand sehen? Ich hab ihn verloren! Du bist der einzige noch. Okay, verlassen wir einfach mal das Gebiet. Okay, ja, ja. Er holt sie von Mehrsucht. Haben wir uns jetzt endlich mal ver... Der kann sich nicht in Luft ablösen! Jetzt bin ich sauer! Hörbe sie von. Jetzt zur Hölle! Raus hier! Ach! Handschuhfach geplündert. Seltene Münze gefunden. Ja, super. Okay, Gebiet entkommen, Bedrohung ausgeschaltet, Backstage-Pass. Bezirkszugang freigeschaltet. Oh, Skillpunkt erhalten. Und damit, nach dem langen Failen und Super-Bro-Gamerei, haben wir endlich mal einen Weg gefunden, um ins CityOS einzudringen. Nein. Die Sache ist, ich komm heute Morgen rein und seh, wie Maurice sich aus dem Gästezimmer graben will. Also muss ich ihn wegbringen. Das Problem könnte ich einfach auf dich abwälzen, weil das nicht dein Problem ist. Doch das ist echt nicht mein Stil. Ich bring zu Ende, was ich anfange. Und ich hab nur eine Bitte. Ja, gut. Schön. Ich mach alles. Hey, ich will dich wirklich nicht zwingen. Ich sag dir, ich mach's. Gut, um was genau geht es denn? Ist ein Lieferjob. Musst den Typen fahren. Nicht zu schwer. Aber denke mal daran, dass mein Ruf auf dem Spiel steht. Er bezahlt gutes Geld für den besten Fahrer Chicagos. Dann hat er Glück. Okay, jetzt aber. Wir haben lange an dem CityOS reingearbeitet und jetzt haben wir's endlich. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, wir sind jetzt... Ähm... ...haben jetzt lange gebraucht, um das CityOS zu knacken. Naja, CityOS zu knacken ist einfach... ...auch nicht die einfachste Methode, oder? Ja. Und daher... ...schauen wir mal, was es uns bringt. Wir haben einen neuen Bezirk freigeschaltet und... ...bei im nächsten... ...in der nächsten Folge werden wir sehen, was es uns Ganze bringt. Und... ...bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017